Eine Mün... Münze. Oh, da hat sich was aufgemacht. Warum? Hä? Ah! Hä? Ach so! Ach so! Ja, warum sagt mir das denn keiner? Woher soll ich denn wissen, dass das so geht? Da hätte man natürlich, wenn man ein bisschen nachdenkt, hätte man das vielleicht rauskriegen können, aber... Wer weiß das schon? Was ist das denn? Eine Metallplatte. So, jetzt haben wir einen Schlüssel und eine Metallplatte. Schlüssel... Was ist das denn für einer? So ein fetter, ne? Okay, so ein quadratischer... Und wo kommt der denn hin? So ein quadratischer Schlüssel. Hm, hm, hm. Und wo kommt die Münze hin? Und das andere Ding hier. So viele Möglichkeiten und ich weiß nicht, wohin damit. Hm. Moment. Ein quadratischer Schlüssel kann man hier vielleicht einsetzen. Ne, will er nicht. Das hier vielleicht? Ah! So, so. Ah! Das war aber sehr unschön. Sieht aus wie ein Münzschlitz. Okay. Münze haben wir auch. Nachspielen. Okay. Zwei Schlüssel. Nee, zwei Metallgriffe. Okay. Okay. Wohin damit? Verdammt. Moment, wir haben doch so Schlüssel. Der passt doch bestimmt hier rein. Hä? Ich dreh einfach mal. Was war denn die drei? Die drei war das S. Aber das S gibt es nicht. Ist hier vielleicht was mit dem Auge? Nee. Wohin kommen denn die zwei? Die Henkel da. Henkelmänner. Wo kommen die hin? Was ist, womit hat sie hier auf sich? Hm. Falls ihr eine Idee habt, könnt ihr jetzt gerne mal eure Idee schreiben. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Hä? Mhm. Shen, du bist so blöd dafür. Ah, Moment. Okay, alles klar. Was war denn das? Was war denn da für eins? Da war das Auge. Da. Das war da, glaube ich. Nee, ich weiß nicht mehr, was unten links war. Da war das Auge, genau, und da war diese Harfe, falls man das so nennen kann. Okay. Harfe. Okay. 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 Oh, ne Zahl. Was ist das denn? Ah. Okay. Okay, die erste steht fest. Hm, das ist irgendwie... Oder man muss das von dieser Seite betrachten. Das kann natürlich auch sein. Da, so. Oder? Ne. So ist, glaube ich... So von hier. Okay, fünf, sieben, drei. Gut. Hätten wir ditte? Wo war das Zahlenschloss? War doch da, oder? Ne. Da. Äh, fünf, sieben, drei. Uff. Okay. Was ist das? Oh, nein. Oh, nein. Ah, Moment. Aber da muss man wahrscheinlich nicht dumm und dämlich drehen. Hä? Moment. Ah. Okay. Moment, Moment. Moment, Moment. Wenn ich das jetzt so drehe... Nein! Okay, verstanden, verstanden. Ich habe verstanden. Ja, den haben wir auch schon. So. So. Der da fehlt noch und der muss wohin? So.